Herzlich Willkommen! Oh! Ah! Aua! Oh! Alter! Is there fire in there? No, but it's not good. Ha ha ha, the blood is broken. No, I wonder if you go there. Ah, now it's coming. Wait on me. Oh, the wind is coming. If it doesn't have the human number of legs, just shoot it. Head on into the facility. Probably look for a switch or something. Look at this. Oh, here's an automatic ship. Okay, but it's not against us. Oh, wow! Wow, what's up? Wow, look at that. Wow, look at that. Wow, look at that. You may have to go off the beaten path to find them. Hey, how did you shoot the camera? I didn't have it. Oh. Did he explode somewhere? That's probably a lot. I didn't have it. I didn't have it. You're here. I'm here. Oh! That's all. Oh! Hey, now I have a... Ey, ich hab jetzt auch so'n Geschütz hier Nein, jetzt hab ich jetzt hier auch so hingewiesen gesetzt Awww Oh mein Gott, oh mein Gott Jetzt hat man das so ein, das Fremd wieder eingeteuert Jetzt hätte ich dir Wir haben euch schon ein Headshot gegeben Find a way over the Containment Barrier Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Tschüss, Manuel Ich bin dann mal weg Kann ich auch klettern oder? High Ground Steve, helpt Look for the monitoring access point If you get swarmed, try to stick to the High Ground It's always safer Unless they can fly Can they fly? No? Good, yes, High Ground Stick to the High Ground Er spricht irgendwie ziemlich komisch Ich bin hier Ah, ich dachte Ah, ich glaub da Zum blauen Punkt müssen wir Ja Ja. Okay, wir sind schon in der Richtlinie. Stopp. Stopp. Hey. Ah. Oh. Oh. Oh, guck mal hinter uns. Und hier die Tür auf. Oh, der Flammenwerfer. Oh, der Flammenwerfer. Oh, der Flammenwerfer. Oh, der Flammenwerfer. By the way, Steam tells me this place is falling apart. Be careful what you stand on. And under. And next to. General awareness is what we're getting at here. Oh, der Flammenwerfer. Oh, der Flammenwerfer. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was? Just drop on down into the containment scanning platform. Steve tells me the radiation should be mostly harmless. Come, come, come! Come, come, come! Come, come, come! Mamu, tu was! Wollen wir uns umbringen? Ja? Ey, hier ist so eine fliegende Motte gewesen! Gehen wir! Oh, Alter! Aua! Oh, Alter! Oh, Alter! This is the first of many security doors you're going to have to get through. Steve can't open any of them from here, so you'll have to find a button and wait for the door to open. Hopefully the loud flashing door doesn't attract anything. But if it does, I trust you'll do the right thing. And just to be clear, running away is not the right thing. Oh! Oh, Dreckball! Oh, Dreckball! Wuhh! Dad, granted, Напрade! Oh my God! Oh my God! Was ist das? Oh, okay. Die Distress signal wurde ein paar Wochen vorgelegt, von 7 Living staff. Me, die Kette. So, if these food supply logs I'm seeing are correct, they should have only just started eating each other for survival. Mmh. Seems like we got here just in time. Man, jetzt hör mal auf mich zu schießen, man. Ich will nicht. Ich will nicht bauen. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Ah. Oh. 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 Ah. Ah. Fingerbrände etwas fetter. Oh. Oh, tolle muss ich gekippen. Haha. Der ist gut, der Flammer. Ja. Der ist gut. Ja. Ah, das ist der... der Haffer. Ach so, da geht's. Alter, da steht wirklich zur Platz. Guck mal. So eine alte Hexe. Oh mein Gott, Manu! Alter, wo bist du denn? Ich bin hier in irgendwo noch reingesprochen. Alter! Mach mal Hilfe! Manu! Wo leust du denn hin, Jander? Let's go back, man! Ja! Manu! Wo leust du denn hin, Jander? Let's go back, man! Ja, wenn's... Ja, wenn's... Wo bist du? Hier bin ich! Aua! Alter, jetzt hab ich so'n... Hier, komm mal her, komm mal her! Warte, 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 warte! Hier ist... Ja, sag doch, wie's so egoistisch. Hier kannst du auch dupen. Ey, ich hab jetzt so'n Riss im Helm, ne? Hatte ich auch. Aber jetzt ist er weg. Uh, da ist ne Waffe. Das ist hier so'n Geschütz wieder. Hallo, so'n... Achso, so'n Geschütz. Ich dachte erst, das wird so'ne Wiege. Oh, ne. Ja, dachte ich auch erst, aber das ist tatsächlich das Geschütz. Oh! Oh! Au, au, aua! Hang, aua! Au! Au! Warno, wo bist du? Hier! Hier! Au! 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 Ey, schon wieder. Also das ist nicht so'n Medikator mir. Achso. Ey, guck mal! Warno! 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 Ey, ich will auch nen Schock dann! Ja, hier! Was ist das? Schock! Hier! Ja, guck mal! Hier! Hier ist ein Gegner hinter. Da hast du nen Armgesicht. Da hast du nen Armgesicht. Ah! Bro! Woa! Warno! Auf diese nach reluctant Schockseite! Hier! Cеннойcolm! Woa! We called her von der Armesicht. Warno! Eiss! Drei, im Sand. Ich werde hier überhanden. Ich weiß, ich hätte meinen Schlammwerfer bleiben wollen. Alter. Das ist ja ne richtige Armee. Alter. Ich würde ja nicht mal hoch. Es steht hier so ne Motte. Alter. Was ist das? Hat es Flammwerfer? Achso Flammwerfer. Ja, ja, nimm mich. Flammwerfer, die gefällt mir. Gefällt mir richtig. Wie viel, wie viel... Wieso, jetzt ist das schon genug. Wie viel Energie hat das denn? Ich glaube ich hätte 98 oder so. Ja, okay, so the staff is probably all dead. Keep an eye out for some really science looking stuff. There's some company property you'll need to bring with you when we pick you up. Was ist das denn da hin? Was ist das? Achso, wieder so gestoppt. Und da kommen sie. 10, 11. 10, 11. 5. 10, 12. 15. 15. 15. 15. 16. 17. green glowy sample with you. It's got some important sciencey stuff inside it. You know what I mean? It's more of a good defense. You'll need to find your way through the office hallways and up to the rooftop for evacuation. Don't forget to bring that research sample with you. That thing is more important than you are. Only joking. More important than do you. I don't know. What is this? Don't give me those eyes. We've talked about this before. You know your place. ich habe 76 das ding in der hand ich kann ja hier sind 3 standbeute das musst du rein schieben schieb es rein das war so ein knopf zum drücken das ist ein raketenwerfer? ja das ist ein raketenwerfer alter hier ist eine pistole oder ein revolver das ist ein knack uh oh wo 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 zwischendurch hä man konnte doch eben hier raus hä wo kommen wir denn jetzt dahin wo 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 Oh oh! Oh dear! Steve is telling me that the damage to the structure looks... ...Expensive! Oh! Ja! You'll need to find another way across that gap! Wir sind zu schwer! Aha! Guck mal hier! Ist doch so ein Knopf! Tripmine! Mann! Ah! Jetzt bewirbt er sich auch noch! Guck mal! Oder muss ich hier drauf stehen bleiben? Ich weiß es nicht! Au! Scheiße! Guck mal, dieses Teil ist almost in position! Keep it up, humans! Warno? Guck mal bei mir! Ey, das müssen wir jetzt die ganze Zeit in der Hand halten! Au! Aua! Ich hab's geschossen! Einfach! Schieß auf hin! Nichts, man! Ich hab' nur einen Kamm mehr fahrt! Oh! Mann! Ich bin fast tot! Oh! Ach! Oh! Der Kuhmann da unten! Das war'n riesiges Kraschus! Der Kuhmann! Was ist denn hier? Oh! Ich hab' einen Kuhmann da unten blatt! Oh! Das war der Kuhmann! Das war's noch nicht! Was ist denn mit einem Flammenwerfer? Nein! Er war nicht mal zu groß! Er war doch alt! Oh Alter, der russiert mich nicht! Warno! Oh! Arno, hier ist was zum Heilen, komm her! Ja, wo bist du denn? Arno! Warum bist du denn so weit vor? Kommst du da! Ich geb dir Rückendeckung, geh schon mal Heile, Alter! Oh, Alter! Woo! Okay, wir müssen irgendwie nach unten Obwohl da oben ist auch ein blauer Punkt, ey! Das ist super witzend hier! Da oben, wo wir hin? Okay, wir müssen nur hier lenken Scheiß! Du hast doch zwei Waffen, oder nicht? Hast du denn nur eine Waffe? Ich hab gerade nur eine Waffe, oder? Da ist doch zwei, ja? Oh, was? Ja! Ah! Manu! Was? Ah! Was würde das was verloren? Oh! Die Hand kann der den... Oh oh! Au! Ich kann den Gitterer nicht sehen! Ich kann den Gitterer nicht sehen! So, bitte! Das ist der, was wir sehen! Haben wir die Angaben von Wok-Ascher-Ding? Nein, das wäre das cool! Das ist schon mal... Ja, dann würde ich den Fass gehen, wenn wir das nicht gehen. All right, I just touched down, find the green light and hop on in. And don't forget the company merchandise. Also hurry up. What the hell is that? Farno! We will not get out of here. Yes, wait! What, we will get out of here? Yes, wait! Hurry up! No! Yes, we have achieved a mission! Yes, but there was still a blue pump. Good work, clean up crew. You're gonna be out of there in no time. We just need to... What does that mean? Too bad. Oh no. Everyone, just stay calm. There's nothing to be alarmed about. Tuck your head between your legs. Keep your insides inside of you. Switch to your auxiliary platform. Uh oh. Hello? Are you sure that's an active heartbeat? I don't know. You're saying that this is a heartbeat. This just looks like a dumb squiggly line. Hell. Well, they have a very dumb heartbeat. Shit. Shit. Oh. Alter! What a mission! Cool! Then we'll do a cut here, right? Yeah. With the spaceman. Also, subscribe to the channel! Commentator! 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 Like this video! Tschüss!